Ähm. Aha. Was? Ja, die Waase. Ich hab die Waase umgebracht. Du bist ein Mörderer. Mein Mann? Sag ihm. Dein Mann? Komm schon. Ich würde jemanden hören, der kein Interesse an ihrer Unschuld hat. Nicht dein Mann. Das ist genug. Halt auf. Halt auf jemanden hören, der kein Interesse an ihrer Unschuld hat. Hallo. Halt auf. Meine Waage. Ich bin nicht so was machen, zum Beispiel. Jemand, kann ich ihn erzählen? Jemand, kann ich ihm erzählen? Jemand, kann ich ihm erzählen? Das ist revealed. Jemand, du. Halt auf dem! Halt auf dem! Halt auf den Händlichen, du. Halt auf den Händlichen, du. Halt auf dem Händlichen. Und Lung bringt doch auch keine neuen Informationen, denke ich mal. Ich hab die Schnauze voll. So. Ende. Aus. Geht das bei allen Lichtschallern? Oder nur bei dem kaputten? Ich glaub das hatte ich gestern auch schon ausprobiert. Ich hab mir lieber Tipps wie es weitergeht. Not now. In den nächsten Minuten kaputte ich auf die Tür. Was bist du? Kannst du... Wie geht es dir? Ich habe alle diese Sachen für uns heute. Er wird uns verletzt. Wir müssen gehen. Ich bin nicht. Ich kann. Es ist kompliziert. Hey. Wenn du willst ein bisschen alone time möchtest, kannst du so sagen. Ich bin. 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 This is too much. And some cobwebs coming? Okay. We don't tell him the truth. So listen, right? He has to. What? How is this possible? This or push anything? What? How is this possible? F**k there. Hey, there he is. You're back. I know this is a terrible shock, but we need to be on the same page. These feelings for my daughter. Your sister. Look. Why? This isn't how I wanted to tell you. You deserve. I, uh... Yeah, all right. All right. Yeah, I guess... I guess there is a world where I leave and where she doesn't get to know why. There is. And I know, I know it's hard. Thank you for understanding why it needs to be this way. This whole... Ah, I've made so many mistakes. What's in this for? That's right. I'm glad you turned out so well. Oh, 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 oh. Das war also der Grund, warum der den eigentlich umgebracht hat. wir haben sich um die tochter gestritten weil das ja seine halbschwester ist und dadurch dass er jetzt gesagt hat nö ich entscheide mich gegen sie ist auch der vater nicht durch ok cool cooles spiel hatte zwar so teilweise war es halt anstrengend immer wieder dasselbe aber das ist halt nun mal das konzept gewesen ich will es nicht wie man es hätte anders machen sollen wie man es hätte anders lösen sollen was mir unklar ist ich meine dass er sich absolut nicht daran erinnern konnte sein vater erschossen zu haben und selbst wenn es ein unfall ist sowas bist du doch nicht das ist wirklich so eine große große logiklücke in meinen augen in der story wie kann ich denn jetzt fortfahren ach so fangen wir wieder von vorne an ich glaube wir fangen wieder von vorne an na gut so was machen wir jetzt ein bisschen ich glaube zu humankind bin ich heute nicht mehr nicht mehr aufnahmefähig genug ich glaube das soll sehr sehr kompliziert sein wie spät haben wir es denn cyberpunk ja in zwei stunden durchgespielt oder was was machen wir wir sind so ein bisschen im story modus drin wir sind so ein bisschen im story modus drin und twitch also auswählen könnte ich das redet der dritte dem schneider machen wir so die großen sachen jetzt könnte er etwas laut werden müssen wir mal gucken wie es soundtechnisch ist das geht um jetzt geht um Ich dachte, das ist nicht Stream. Und wieso gibt es da so eine scheiß Kategorie? Das war ja kein ausdrückliches Verbot, oder? Ich bin jetzt nur hinterhergerissen. Ich meine, wenn die schon sagen, die wünschen sich, dass man das nicht streamt. Schade, schade Schokolade. Hatte ich noch irgendwie sowas in der Richtung, was jetzt schon installiert ist? Ne, Aufbau nicht. Da ist drin. Ne. 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 ich nämlich auch schon, das habe ich schon sehr sehr lange auf der Wunschliste gehabt und das gab es jetzt mal im Angebot. Mal gucken.